So, willkommen zurück! Hallo! Hm, dann gucken wir mal. Hm, raus! Das scheint nicht zu funktionieren. Befehlungen für alle. Du weißt, ich glaube nicht, dass es ein Mann, Frau oder Kind ist, der nicht immer ein schönes Befehl hat. Mhm. Wo willst du gehen? Keine Ahnung. Zu dem Barkeeper? Kannst du versuchen? Entschuldigung. Ja, Junge? Schönes Ort, das du hier hast. Tschüss. Nicht eindringen. Erstmal nicht. Nein, danke. Entschuldigung. Dann erst mal einen Drink. Ja, Junge? Bartender, gib mir einen Drink. Okay, aber gib mir wieder deine Leitungen. Ich bin aus Schlafen. Natürlich. Ich bin aus Schlafen. Ich bin aus Schlafen. Ich habe Yellowbeard's Baby. Das ist eine Pizze. Okay. Hier geht's. Bartender, gib mir einen Drink. Name your Poizze. Ich bin aus Schlafen. Das ist eine Pizze. Okay. Hier geht's. Sie schlafen. Ein schönes Ort, das du hier hast. Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist ein gewaltiger Garten. Es ist ein gewaltiger Garten. Es ist ein gewaltiger Garten. Das Grüne. Einfach das Grüne. Ja. Hoffentlich reicht es. Sonst müssen wir gucken. Ich weiß auch gar nicht, wofür wir diesen Spuckwettbewerb mitmachen müssen. Wahrscheinlich kriegen wir da irgendwas, was wir... Wir kriegen etwas, um die Mürfel zu vertreiben. Ja, ja. Irgendwie so war's. Stimmt. Schauen wir mal. Wo willst du gehen? Ganz witzig. Immer Nacht, aber sobald wir auf dem Schiff sind, Tag. Überall sonst Tag. Hm. Ich bin froh. Ich bin froh. Na, ich bin froh. Es ist ein gewaltiger Eingang. Töter. Ich bin froh. Na, ich bin froh. Dass ich das Figaro angefenen weiß. Oh, mein schlafen. Das ist���verhalten. Erre. In der Haus. Wow. It looks like he's rallying. Looks like third place. I think that deserves a little applause. Too bad there are only prizes for first place. Better luck next time! Now, how about the rest of you? Even a child can do it! In fact, they do it very well. You think spitting is gross? Sightseeing. Three hour tours. See the world. Was that it? Maybe. I see. Ah, man! Ich kann nichts machen! See the world. I know you want to volunteer. It's on the tip of your tongue! No volunteers! Cheers! If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now! Nein, du sollst weitergehen, du Idiot! Captain Lugie is in the house! Guybrush, ich hasse dich! Wahrscheinlich geht's das einfach nicht, da kann der Guybrush dann nicht... Spit! That's gross! I'm out of here! Spit! Oh, no! Drei tongue at the last minute! Ich hab Außersehen auf die Linie geklickt, deswegen! Well, what about you folks? Ah, no. Just put your two lips together and blow! Sau unauffällig! Volunteers? If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now! False alarm. As I was saying, step up to the line and test your swill! Boy, this stuff makes my spit thick! Captain Lugie is in the house! Spit away! Come on! Let her rip! You can do it, man! Hey, he's been working out! Looks like second place. I think that deserves a little applause! Was? Vielleicht hab ich falsch gespuckt diesmal. Hm. How about the rest of you? You think spitting is gross? I'll tell you what's gross! Swallowing that stuff is gross! Boy, this stuff makes my spit thick! Come on, don't be shy! Let it fly! Mm-hmm. Captain Lugie is in the house! Spit away! You can do it, man! Taste clear in first place! That was truly awe-inspiring! Sports fans, we've seen something incredible here today! Let me congratulate you and give you this fine commemorative plaque! I salute you, Captain Lugie! Come on! Let's give him a hand! Of course, there are plenty more prizes for the rest of you! So how about it, gang? I hear there's some scouts here from the pro spinning circuit! Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas! It's a plaque with an odd looking gob of something on it. Are you pirates or not? And what do we do with that? Come on! It's all paid for by Booty Island Parks and Rec! Sightseeing! Three hour tours! See the world! The guy? You can try it! You can try it! What do you mean? It's worth a mint! For a lump of pus on a shingle? That's not just any lump of pus! Oh yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it! You'd be interested if you knew how valuable it was! Oh yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it! Wirklich? Das würde es sehr wertvoll machen. Und ich mag auch die Bronze. Ich gebe dir 6.000 Stück von 8 für es. Ich muss jetzt gehen. Ich möchte diese MAP-Pieße kaufen. Das sind 6.000.000 Stück von 8. Willst du es? Ich kann es nicht so viel kaufen. Schade! Wo wollen wir gehen? Hm. Weiter unten! Weiter! Weiter! Rechts! Etwas höher! Ich krieg gerade den Rücken gekratzt! Wie so eine Katze! Das war Rücken kratzen. Oder Rücken kraulen lassen. Ja. Warum hast du das mit dem Let's Play gemacht? Ich weiß es nicht. Das war so ein Impuls. Das war Frau kraulen. Ja. Damit sie komische Geräusche machen. Hm. Wo war das mit den Wracks? B. B. Boat Wrecks. Hm. Müsste es sein. Das war da in der Nähe irgendwo. Das war da in der Nähe irgendwo. Wahrscheinlich dritte Reihe. Ach ne. Ne. Da kommen erst Biografien. Versuch mal letzte Reihe. Ne. Hä? Oder war das bei einer der Biografien? Ne. Da war es bei S glaube ich. Da war es nicht. Du hast es gelesen? Ja. Ah ok. Wir haben sonst D und das durchgeguckt. Ja. Habe ich mich schon wieder verklickt? Ja. Ich hasse alles. Die Boxen davon sind aber echt scheiße. Du liest einfach und sagst Stopp, ne? Ja. Da. Unglücke. Genau. Desasters. Great shipwrecks of our century. Hm. I have to remember that. Alles klar. Dann holen wir das doch mal. Ab. Pardon me miss. Was? Ja. Was? 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 Was... Oh. Was. Du musst du hier noch? Ja. Du bist echt. Ich bekomme jetzt noch mehr Bücher. Erinnern Sie, der Silence ist golden. Die große Schiffrecher unserer Zeit. Es steht hier, dass der verrückte Monke auf 41 Nord, 84 West. Wo willst du gehen? Ja. Es steht hier, dass es vier Piraten waren. Rapskallion, der Koch, Jung-Lindy, der Kabin-Boy, Mr. Rogers, der erste Freund, und Captain Marley. Sie haben ihre Geschenke mit vielen Boobie-Traps auf einem Ort, der in die Inki-Island genannt wurde. They made a map, which they divided into four pieces, each man taking one. Rapskallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Raps was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene & Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed Homemade-Contest-Grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup Race. His boat was leading at the time. See the world. Cruises. Three hour tours. Hook Island. Monkey Island 1. Passt das vielleicht? Ah? Warum Hook? Ob das... ...Drei-Hour-Tour. Seidseeing! Ach, die Mad Monkey. Klar, das war das Schiff, was man im ersten Teil hatte. Huh. Das könnte zumindest sein. Das Ding hat bei 6,000.com. Ja. Ja, lasst uns das Popsicle-Stand anbauen. Hast du einen Kurs geplant oder was? Ich kann dir zeigen, wo ich auf dieser Route gehen möchte, die Captain Dredd mir gab. 41,86. Da. Well, here we are. What now? I'll dive in and look for the sunken galleon. Are you sure you can swim? Hey, I can hold my breath for 10 minutes. Sind wir hier denn richtig? Sieht erstmal gut aus. Voll cool. Hm. Ich bin sicher, dass es hier nahe ist. Können wir einen anderen Ort versuchen? Well, ich fühle mich für dich ein bisschen entschuldigt. Also okay. Es ist nicht 41. Warte, ich will in mein Inventar... Warum kann ich nicht? Kannst du nicht. Ich bin sicher, dass es 41 war. Oder war es 40? Oder war es 36,81? Well, here we are. What now? Whose bathtub did this ship come from? Hast du das alles von dir selbst gedacht? Ich will dive in and look for the sunken galleon. Mann! Hm. Dass wir nicht zwischendurch ins Inventar können. Dann müssen wir wahrscheinlich zurück erst. Dann nochmal 6000 Scheiße. Wahrscheinlich nicht. Ich mein, wo soll... Man bekommt ja auch nur begrenzt Geld. Ja. Es sei denn natürlich, wir müssen dann eine neue Plakette bei dem Fruchtwettbewerb holen. Ja, okay. Es ist schade, dass wir da unten nicht ins Inventar kommen. Ja. Nee, nichts. Sieht aber cool aus. Ja. Oh, okay. Oh, okay. Ah. Geht raus! Kruise! Die große Schiffrecher unserer Zeit. Es steht hier, dass der Madmonkey auf 41 im Norden, 84 im Norden. 84 im Norden. 84 im Norden. 84, nicht 86. Geht raus! 41. Ich bin bereit, wieder raus zu gehen. Okay, zeig mir, wo du diese Zeit willst. So. 41. 84 müsste über Flat Island irgendwo sein. Da. Hier. Well, hier sind wir. Was jetzt? Jetzt. Ich schaue in und schaue den gesunkenen Galleon. Oder in dem Moment, wo er reinspringt. Mit dem Körper aus dem Boot. Ja. Seht bestimmt auch cool aus. Uuuuuh. Yep, das passt. Da ist das Boot. Oh. 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 Ernsthaft? Wir haben gerade einfach mal den Affenkopf eingestellt. Was? Also sonst können wir hier nichts machen? Sieht irgendwie nicht so aus. Looks like Kates Anker. Okay. Looks like the anger rope leading back to Kates ship. I got the monkey head. Let's head back to booty island. Was wäre denn mit dem Affenkopf? Congratulations on your fine guy brush. Be sure and tell any friends you might have about capsized charters. See you around the turnpike. See the world. Glass bottom boat. What a valuable antique. Check it out. Okay. Dann schauen wir nächste Folge mal was wir damit so machen können. Achja. Entschuldigung. Und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.